Hey meine rabe Bauken und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Heidenzik OP Battle. Nachdem die Taki Episode so unfassbar gut bei euch ankam, sind wir heute bei einem Kambo. McDonalds Heidenzik mit dabei sind. Elina? Hallo, ich bin Assia. Okay, dann Kambo. Moini, ich bin hier. Und Chaosfloh 44. Ich bin McDonalds. Okay, Leute, ich habe extra mir heute besonders Mühe gegeben, diesen Skin zu fabrizieren, damit man sich besonders gut verstecken kann. Wir drücken, ich fange einfach ran, ich drücke mal. Und ich darf mich verstecken. Ich drücke auch, ich darf mich auch verstecken. Oh nein, Flo als erstes am Suchen. Okay, gut, dann let's go. So muss man ein paar Verstecken. Flo, du guckst auf den Boden, nicht betrügen. Es ist eigentlich am besten, immer als letztes zu suchen, der Doppelpunkt Around, oder? Ja, das stimmt. Eigentlich schon. Da hat Elina nämlich anders den. Ach, ich bin im Game Mode. Gerade gewundert, warum ich rumfliegen konnte. Ich bin versteckt. Ich glaube, das wird easy peasy werden, das Game. Das wird easy cheesy. Ja, das ist schon eine deutlich schwerere Map, als wir sie beim letzten Mal haben. Die ist überschwer. Ja, ja. Und der Skin ist auch ein bisschen besser. Ich muss ehrlich sagen, der Skin sieht wirklich besonders kacke aus heute. Ich habe mir da abnormal Mühe gegeben. Weißt du, wie schwer es ist, sowas, also dieses McDonalds-Symbol, dass das auf den Beinen so hinhaut, das ist nicht nebeneinander, nämlich in der Datei. Nee, nee, nee. Das ist einfach nur eine PNG. Das ist, ja, nee. Oh, Elina. Okay, ihr müsst mir sagen, wenn ich losgehen kann. Ja, ich bin hier noch am Kochen. Es ist wirklich sehr schwer hier gerade alles. Ja, es sind eigentlich immer die Verstecker am besten, wenn man gar nicht so lange überlegt. Versteckt oder nicht, ich komme gleich. Ja, bin versteckt. Okay, Flo, wir sind alle versteckt auf die Plätze. Aber ich habe einen Taschenrechner auf. Fertig. Ich habe Stress. Los. Dürfen die Wetterweb. Flo, du läufst nur im Kreis, aber das ist ja deine Mission. Okay, 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 let's go. Nein, nicht da lang, nicht da lang. Beobachten wir alle Flo gerade? Ja. Okay. Alles klar. Ey, das kann ja jetzt wohl nicht so schwer sein. Oh, ich weiß, wo Ben ist. Einen Scheiß, weißt du. Okay, ich pfeife auf Flo. Ich suche euch. Nee, ich gucke Flo zu. Jetzt habe ich ihn verloren. Es ist safe, irgendwer mit diesen komischen Bäumen hier. Das stimmt doch gar nicht. Aber du kriegst, wenn nur noch eine Minute ist, kriegst du übrigens einen Tipp. Okay. Und wie lange habe ich Zeit? Fünf. Oh, oh. Fünf Minuten. Fünf, fünf Minuten. Oh, ich denke, der Skin ist mir richtig gelungen. Und guckt mal, ich habe sogar auf den Hinterkopf McDonalds-Ding gemacht. Der sieht richtig toll aus. Richtig toll. Danke, Lina, wenigstens ein Supporter. Oh, warte, bewegt ihr euch oder bleibt ihr stehen? Nee, 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 man darf nicht bewegen. Also man darf so wegrennen ein bisschen, aber der kommt Gambo gefährlich nah. Hey. Was bestellt ihr am Lippen? Nicht immer die Brücke. Ich glaube, ich habe ihn aber nie gesehen. Ich sage ehrlich, so ein Cheese, ein Cheesy. Oder ein Chicky. Ich bin ganz gerne, wo ich früher noch Fleisch gegessen habe, habe ich voll gerne den Wrap gegessen. Chicken Caesar oder so. Das ist komisch. Ja, das ist ehrlich. Oh, shit, Lina. Das ist cringe. Das ist ein bisschen komisch. Flo, die Zeit läuft. Du wirst da keinen sehen. Ich weiß, ich weiß, wo jemanden zu finden. Das wird eine Nuller-Round. Das wird ein Nulli. Ein Nulli? Ey, das ist nicht so einfach. Ich frage mich, wie lang ich wirklich Is an Wörter dran hängern, bis Gambo platzt vor Wut. Hä? Ich mache doch gar nichts. Ich bin hier tiefenentspannt. Ich habe eigentlich wirklich Bock, euch zu suchen. Ich habe dich schon gefunden, tatsächlich. Jetzt auf Real-Basis. Okay, zwei Minuten sind rum. Nee, der hat mich nicht gemacht. Nein, lass dich nicht verarschen. Komm und schuld, komm und schuld. Mann, seid ihr Kacke wirklich. Ja, ey, du bist mein Gegner, Alter. Ich will ja, dass du gefunden wirst. Mann, als ob das wirklich so nachgelassen ist. Hört man das so krass raus bei mir jetzt? Nee, aber man geht einfach grundsätzlich davon aus. Ja, ja, ja. Achso, so. Ja, okay. Ich muss dir schon mal meinen Tipp langsam überlegen. Was gebe ich denn für ein ... Ich würde sagen, wir müssen den Sektor sagen, in dem wir uns befinden. Es gibt den Sektor ... Wieso soll ich das denn jetzt sagen? Ja, es gibt Nether, dann gibt's Dorf, dann gibt's Pyramide, also Sand, und dann gibt's halt Schnee. Okay, ja, okay. Jetzt habe ich Flo verloren. Ich habe ihn auch verloren. Junge, ich habe mich selber verloren. Ich habe mich dazu verloren. Flo tut mir so leid, ey. Ich hätte das gemacht. Ist das erste Mal dabei, Nullerrunde. Ich überlege, ob wir nach drei Minuten schon Tipps geben. Aber ich glaube, ihr seid einfach ... Ich war noch nicht bei euch, glaube ich. Ich glaube nicht. Doch, doch, also bei dir warst du safe schon. Ja, 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 ja. Ich glaube, ich esse ein paar Lortschinken. Ich habe mal eine Frage an die Flo. Ja? Kann ich dir mal was fragen? Ja, frag mich was. Und zwar gibt es ... Gibt es bei McDonald's in Österreich ... Oh, ja, gute Frage. Gibt's da besondere Sachen, die es in Deutschland nicht gibt? Ja, da gibt's kein Schnitzel. Ja, das ist ja klar, weil ich meine ... Aber ich schnitzel ... Gibt's da was Besonderes? Okay, Leute, tipp, 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 tipp. Ich bin im Dorf. Nether. Ich bin in diesem Pyramiden-Sektor. Was ist das? Pyramide? Ja, ne? Flo, nein. Dreh um, geh zur Pyramide. Nein, Florian. Yeah, wie? Florian. Ja, aber das ist auch eine kluge Entscheidung, weil es gibt weniger Verstecke. Ein Sektor. Es gibt weniger Verstecke bei der Pyramide. Ich such jetzt hier auch. Der ist einfach dran. Eigentlich hatten wir ja die Regel, dass man erraten soll, wen man findet. Und dann kriegt man einen Bonuspunkt. Aber das hat sich natürlich jetzt erledigt, an der Stelle, wenn man weiß, wo man ist. Wie lange geht's doch? Noch eine Minute, zehn Sekunden. Sag mal, Flo, es gibt gefühlt nur drei Verstecke in diesem Sektor. Da musst du dich auch ein bisschen mehr anstrengen. Er ist nicht hier. Ich hab Gambo tatsächlich noch nicht gefunden. Ach so, ich such ihn jetzt auch mal. Ich hol jetzt Ben. Ja, hol dir Ben. Ja, genau, geht's doch. Als ob dieser Skin so P ist. Ist er hier? Flo sucht einfach nicht richtig. Ja, ich glaub auch. Der guckt nicht in die Ecke. Flo, Maru, Träuse. Er muss ja eigentlich hier sein. Ich bin im Dorf, ja. Ja, ich wette irgendwie, Gambo hat so einen Pisten-Geimgang gemacht. Ja, ich hab kurz Map umgebaut. Oh mein Gott, ist das schlecht. Nein! So eine Kacke, Alter. Wo ist Gambo? Nee, das kann nicht wahr sein, dass ich da... Nee, da ist er. Elina ist im Nether-Sektor. Wo ist Elina? Gott, Elina hat sich nicht mal Mühe gegeben. Mann, ich bin so gebrochen, ey. Oh Mann. Sieben, sechs. Ja, und mich findet er wieder. Das ist wieder eine Lächerlichkeit. Zwei, eins, Ende. Wuhu! Ja, geil, ich bin letzter. Runde Nummer zwei. Aha, verstecken. Jetzt Elina oder Gambo? Ja! Wer war das? Gambo. Das war ich. Okay. Ich hab gar nicht gedrückt. Aber Gambo muss ja eh. Egal, Gambo muss. Let's go. Ich muss. Tschüss. Tschüss, Leute. Aua. Ich versteck mich, Pyramide. Es ist jetzt wichtig, Gambo, dass du mich nicht findest und die anderen findest. Ich werd mich so wegschweaten, dass du noch mal eine Filmer kassierst, wirklich. Ich warte jetzt auch einfach die ersten vier Minuten einfach nur hier, warte den Tipp ab und komm dann instant zu dir. Okay, ich hab. Ich auch. Ich komme in drei, zwei, eins. Go. Let's go. Okay, dann gucken. Es geht ab in den Nether, Leute. Gehst du da gar nicht? Du gehst zum Dorf. Das stimmt doch nicht. Ich brauch dir die Brücke. Ja, da ist keiner versteckt, glaube ich. So. Ah! Mann, das war übelst der Bait. Da fehlt eine Leiter, da kommt man eh nicht hoch, Gambo. Richtig? Nö. Wie du mir nicht glaubst, ey. Ja, ich glaub dir kein Wort, Junge. Gambo, mambo, mambo, ich seh dich. Oder tu ich das? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Nein! Das ist so eine, so eine, so eine, so eine. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Zweimal Insta gefunden, Alter. Nee. Das kann nicht wahr sein. Ist das kacke wirklich? Wo sind die anderen? Wo ist Flo? Okay, Flo ist da. Ah, okay. Das war ja... Okay, hier links, rechts, schauen wir mal ein bisschen Luschen an. Ich weiß gar nicht, wie Flo da hingekommen ist, wo der ist. Guck mal, ich zeig's dir mal. Was? Also, ich bin im Gang-Mode hier rübergeflohen. Ah, okay. So, wo ist die Lina? Also Flo wird der niemals finden. Ich mach's ein bisschen einfacher, ich bleib jetzt hier. Doch, Flo finde ich. Das mach ich jetzt zu meiner persönlichen Challenge. Der Linas Versteck ist auch krank. Echt jetzt? Ja, ja. Also, die findest du beide, ich kann's vergessen. Ja, dann ähnlich wie die letzte Runde. Hier, es muss im Nether sein. Weil da hast du, denke ich, die... Warte mal. Wann muss ich einen Tipp geben? 30 Sekunden nennen. Wenn, sieht man mein Name-Tag? Nee, ist weg. Ähm... Hier oben. Wir haben einen Kippertipp. Oh, Gammu. Warm, warm, wärmer. Wettkampf. Also, das ist auf jeden Fall nicht warm. Jetzt wird's... Naja, das war's vielleicht genau warm. Das ist die ganze Zeit schon kalt, Flo. Oh, warm. Wärmer. Aber nicht ganz heiß. Hier brennt's aber irgendwo. Hier brennt's. Warte, warte, ich weiß, was ich machen muss. Was denn, Gammu? Das Ding ist, ich weiß... Also, ich bin mir relativ sicher, dass Gammu da nicht mal hinkommt. Das ist nicht so schwer. Hey, mein Gott. Da war Idina. Aua. Man muss nicht mal springen, dass man da hinkommt. In der Runde davor. Echt? Ja. Vielleicht auch jetzt. Nee, er steht ja da. Nee, man kommt ohne Sprünge zu meiner... zu meinem Spot. Zu meiner was? Ah! Junge, komm, bist du gerade in 1x1 reingefallen? Mann, da sind so random Löcher. Ben hat... Man, meine D-Taste ist kaputt auf der Tastatur. Ich kann die manchmal nicht mehr drücken. Mann. Ich habe eine neue im Schrank hinter mir. Ich weiß. Gambo Mambo. Hallo, Leute, seid ihr hier? Hallo. Gambo. Leute, bist du froh? Oh mein Gott. Mann! Hättest du das direkt gesehen? Ja, natürlich, ey. Hä? Äh, tiptime. Bin in einem Dorf. Gambo war gerade zwei Blöcke neben mir. Was? Boah, so 15 Sekunden. Boah, das ist aber schon ein Big-Tip. Hä? Ja, der checkt es nicht. Nein, 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 nein. Elina ist im Dorf. Yeah! So, irgendwie haut dein Skin nicht hin. Ich weiß nicht. Ja, das habe ich... Das habe ich auch. Du hast keinen Slim-Skin. Und du stehst da irgendwie falsch rum, kann das sein. Aber es kommt trotzdem. Ja, es ist... Hä? Hä? Ist das schlecht? Ja, das war schon krank, Gambo. Weiß ich alles nicht. Hä? Jetzt hast du schon wieder zwei Blöcke neben mir. Zehn Sekunden noch, Gambo. Nein. Gambo, please, trete dich an. Please, please. Das kann ich nicht, dass du das verkackst. Hört auf zu treuen. Es ist Ehrlichkeit treu. Drei, zwei, eins. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Geile ist, du denkst, Flo, dass er nah bei dir war. Aber er war noch näher an Elina zwischenzeitlich. Was? Er war wirklich einen Schritt von Elina entfernt und einen Schritt von Flo entfernt. Ja, das stimmt. Ich habe ihn auf dem Tellich gehört. Gambo, bitte. Gambo, bitte streng dich doch jetzt mal an. Bro, seid ihr kacke? Er ist wirklich in einem Fünf-Block-Radius. Nein, das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Doch, natürlich. Ich sehe es doch hier in der Kamera. Andere Richtung? Kalt, kalt, kalt. Hä? Wärmer, wärmer, wärmer. Wärme, mega warm. Und jetzt guck, wo Elina war. Achso, Elina ist weggelaufen, schade. Achso, Entschuldigung. Elina war in so einem Haus unter der Treppe zwischen Falltüren. Du bist buchstäblich über die Treppe hochgelaufen. Nein. Ja. Oh nee. Egal, ich habe Ben geholt, das passt. Elina führt das Feld an. Wer kriegt, wenn jetzt Elina, also auch die doppelte Punkte-Round kriegt, dann wird es heftig. Ich drücke. Oh Mann, ich wollte doppelte Punkte-Suche haben. Scheiße, das ist ja die einzige Chance gewesen, nicht letzter zu werden. Ich habe zehn Punkte, Alter. Ich habe 15 Punkte. Gambo ist vorletzter oder doppelt so viel mehr sogar. Yeah. Kriege ich mein Dierschwert? Oh, hier. Ja, wie viel wollt ihr denn jetzt noch drücken? Versteckt euch. Ich bin ich. Hey. Könnt ihr auch uns tun? Ich gucke jetzt im Free-Cam euch zu. Ich bin ein Prank. Ich schaffe das auch mit ehrlichen Mitteln. Ich brauche keinen Prank. Flo, wir haben es eilig. Die Uhr läuft in drei, zwei, eins. Sehe ich, Flo? Wo ist er? Oh, ich habe so gehofft, ne? Muss man auf dem Block stehen bleiben oder kann man auch so um einen Block herumlaufen? Nein, man muss stehen bleiben. Okay, dann geht das Ding krachen. Ich dachte, ich habe 300 IQ, aber es waren doch im Minus. Es waren doch im Minus 300. Ich sehe noch keinen. Ja, man kann halt auch nicht alles absuchen. Es ist auch so ein bisschen ein Risikoding. Ah, ja. Hi, Gambo. Warte, hallo? Bist du das, Gambo? Ist das angeschlossen? Kriege ich jetzt einen Bonuspunkt, weil ich ihn erraten habe? Berührt reicht. Hey, nein, nein, nein. Hey, Flo hat mich auch nicht gekillt in der ersten Runde. Mann, ist das da, das ist doch langweilig. Okay, ich gehe direkt dahinter, komm. Gambo, kannst du ghosten? Ja, komm, ich ghoste jetzt. Mein Versteck ist eigentlich windbar. Mann, es wäre so ein gutes Versteck, wenn ich mich hätte bewegen dürfen. Weil dann hättest du mich safe nicht gefunden. Hier hinter dem Haus, sage ich, ist jemand? Nee. Oh, ich sehe dich. Ja, weil du mit dem Freak herwitter herfliegst. Okay, Elina wirst du in 300 Jahren nicht finden. Junge, jetzt for real real, oder treutst du? Nee, nee, for real real. Das ist komplett ausgeschlossen, dass du die findest. Was? Ja, Flo wirst du auch nicht finden. Hau rein. Nee, doch, meins geht's. Nee, auf gar keinen Fall. Du musst nur so ein bisschen auf die Umgebung machen. Nee, nee, nee. Du musst nur so ein bisschen auf die Umgebung machen. Ey, Flo, jetzt real talk. Wenn er dich findet, nächster Tomahawk geht auf mich. Safe, safe, cold. Jetzt verändern ich dich nicht. Mann, warum sind die beiden so stark, Ben? Wir sind übelst kacke, weißt du das? Ja, natürlich, aber wir reißen das im PVP gleich noch, Komm. Äh, Team Tea oder wat? Äh. Ich sage, Flo ist hier, der fühlt sich hier heimisch. Ich habe so ein richtiges Benversteck. Einfach in der Ecke. Ja, ein Bandversteck ist wirklich einfach in der Ecke, wie so ein NPC durch die Gang kommt. Ja, aber wir haben doch Kamo-Skins, ich dachte, das hilft. Ja, super geholt. Nee, mein Kamo-Skin ist tatsächlich, der hilft mir im Gegenteil. Ja, ja, aber trotzdem wird er dich nicht finden. Okay, das war schon mal ein heißer Tipp, aber. Das heißt, er ist auf einem fremden Block. Und so viele Blöcke gibt es ja nicht. Boah, warte mal, das ist ja ein Omega-Move hier. Gammbo, whisper mal, wenn du das sagst. Whisper? Nein, Gammbo, tu das dich nicht. Lass dir nicht, dass dir was Falsches passieren. Ich will nämlich für die nächste Runde das Versteck haben. Ah. Das habe ich jetzt gerade der Sucherin gesagt. Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Der kennt hier in dem Zeug dran. Schade. Es wird spannend. Aber war eine Idee, oder? Ja, aber nein. Nee, stimmt, der kann sich ja nicht hinlegen, war eigentlich Quatsch. Quatsch, Quatsch. Tipp Time. Ich bin im Dorf. Ich bin auch im Dorf. Oh, das ist big. Bist du jetzt etwa wieder hier? Ja, denkst du wohl, ne? Oh mein Gott. Dorf könnte ich doch jetzt beide finden. Das geht doch. Ich habe noch Zeit. Beide im Dorf, Flo? Ja, ich bin auch im Dorf. Du bist auf einem, du musst ja dann auf dem Dach sein eigentlich. Oder? Oder, Flo? Das wird so krachen gehen. Ich weiß nicht, ob das zu viel Tipp ist, aber ich stehe nicht am Boden. Naja, du bist so. Der fliegt. Oder auf einem Baum. Guck mal in die Luft, Ben. Junge, ey, oh, er ist auf der Wolke. Wie isst ihr immer euren McFlurry? Mit Schmardis. Mit Schokolose und Oreo. Nee, Schmardis sind NPCs. Nee, das ist ganz, ganz komisch. Das schmeckt doch gar nicht. So hieß, den hier mal wieder am Schnitzel. Oreo? Nee, das ist komplett NPC. Nee, ich nehm. Nee, Oreo ist geil. Hallo? Hier muss Flo sein. Flo muss in diesen Bäumen sein. Das geht gar nicht anders. Das wüsste ich nicht. Nee, muss nicht. Aber eigentlich. Wie ist der Timer? Noch eine Minute. Was? Eine Minute. Das mit dem Tomahawk. Können wir das doch aufhören? Oh, der ist ja nicht, der trollt. Komm, der darf das verraten. Auf Dächern. Hä, aber ich seh doch hier alles ein. Wo soll's nur sein? Komm, Ben, streng dich an. Ich will den Tomahawk. Hä, ich hab alles abgesucht. Nein, hast du nicht. Ich hab ihn aber auch nicht. Du hast hier einen Omega-Tipp bekommen. Zwei Leute in den Dorn. Ja, aber was bringt's mir, wenn ich sie nicht filme? Ben, wir haben zwei Blöcke. Ben, wir haben zwei Blöcke. Mann, der muss ja an den Bäumen sein. Hä? Äh, zwei Blöcke? Zwei Blöcke ist schon sehr nah, Alter. For Rizzle the Bizzle. Aber wo ist Elina auch? Ich hab ne Idee. Wo ist dieser scheiß Brun? Die war doch im Brun. Bin ich. Die ist im Brun. Nee, gibt's gar keinen Brun. Den hab ich mal eingebildet. Oh mein Gott, ich seh Elina. Alter, ist das. Aber man kann es sehen, aber es ist. Ich hab Elina. Nein. Jetzt Flo, Flo, Flo. Ah, zwei Sekunden noch. Scheiße, das war's. Ah, Flo, wo warst du? Mann, letzte Sekunde. Ich hab dich wirklich in der letzten Sekunde getroffen. Bist du hier in den Bäumen, Flo? Zeig dich. Flo war in den Bäumen. Nee, bin ich über ihn drüber gelaufen. Ja, einfach so. Hä, aber wo ich seh ihn immer noch nicht? Tippe dich zu mir. Ah, Flo? Alter, jo. Das hab ich nicht gesehen. Ich bin original drüber gelaufen. Egal, zwei gefunden. Ist auch okay. Okay, ich bin immer noch letzter. Hat mir tatsächlich gar nicht so viel gebracht. Okay, in der letzten Runde. Elina sucht in der Double-Punkt-Round. Oh yeah. Ey, dieser Schwert mitnehmen, das hab ich gesehen. Ach so, ey, jo. Warte, kann ich minus einen Punkt haben? Ja. Nee, warum? Ach, wegen 44. Ah, Leute. Lole, Lole, Lole. Jetzt hast du ja gesehen, dass ich zum Eisgebiet gelaufen bin, du Hacker-Kind. Äh, du hast mir dein Schwert nicht gegeben. Ja, mir reicht's jetzt. Okay, ich bin versteckt. Ich bin auch versteckt. Ich bin dieses Omega-Gut versteckt. Ich kann jetzt auch einfach von meinem PC weggehen, du wirst mich nicht finden. Sind alle jetzt versteckt? Ja. Okay, dann starte ich in drei, zwei, eins. Let's go. Ja, Zeit läuft. Uff. Tippzeit. Für jeden, den du jetzt findest, Alter, verdoppeln sich auch meine Punkte, Elina. Also streng dich an. Mhm, 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 okay. Aber ich glaub, jetzt kennen die Leute die Map richtig gut. Jetzt ist es krampfig schon. Oh, Elina, erinnert sich mal, also, Gambo hat irgendwas gesagt vorhin. Ja, ja, da war ich schon. Ja, aber das wär ja Todesaufgabe. Das hab ich ja jetzt nicht gemacht. Da war ich schon. Das wär ja bestimmt, äh, das wär ja dumm, Gambo. Flo hat's gemacht. Der hat zurückgebracht. Jungen, der kann mit seinen Punkten spielen, Alter. Es ist wirklich auch alles illegal. Alles auf Rot. Boah, den Jump, schwierig, schwierig. Ich hab ihn nicht geschafft. Den hat er zeigt, was du kannst. Ich hab ihn nicht geschafft. Ich bin grad Freecam und ich find euch nicht. Nee, das ist unmöglich. Sie ist bei einem Schloss bei der Festung. Unmöglich. Oh mein Gott, wer von euch ist das hier? Hast du einen gefunden? Ja, ich hab, also ich bin grad Freecam. Hä, als ob du die Leute so suchst. Ich such jetzt auch Gambo. Ja, du kannst in der Freecam einfach zu, äh, jemandem hin tippen. Dann, äh, bist du mit der Cam da. Ja, ich sag, das ist sehr gut findbar von Elina. Ach so. Alle drei eigentlich. Was? Nee, man kann sich nicht teleportieren, der Freecam. Der Spektator die ganze Zeit gewählt. Egal, das ist krank, wirklich. Deswegen konnte er mich noch nicht finden auf der Web. Nein, ich dachte, Ben tippet sich dadurch zu mir, das wär lustig gewesen. Warte mal, hab ich das gemacht? Ich muss mich mal kurz, ich muss mich mal kurz mal versteckt checken. Nee. Gambo. Gambo, ich bin jetzt bei dir. Siehst du mich? Ja. Du kleiner. Nee. Ich hab mich zu Gambo teleportiert jetzt. Wie jetzt? Ehrlich? Du bist so ein, wirklich. Ich hasse dich, Gambo. Bitte kill Gambo da wenigstens als erstes. Ich komm jetzt hier nicht mehr rein. Sag mir wo. Was? Das ist krank. Was, was habt ihr gemacht? Gambo ist da, wo du dich versteckt hast. Nein, ist gelogen. Nee. Komplett gelogen. Ben, aber du hast das gerade ganz schön gut geactet. Du hast dich nicht zu mir tippet, ne? Gambo, halt die Schnauze. Nein, das hast du wirklich nicht. Hä, trollst du grad? Nein, jetzt realtor. Ich hab mich zu Flo tippet. Du, ich war auch verwirrt. Du wolltest ihn tun. Ich hab mich zu Flo tippet. Bro, bist du schlecht. Ich dachte, du willst zu mir. Du hast Flos Namen angetippt. Ja, stimmt. Jetzt check ich das erst. Ja, dann hast du dich tatsächlich zu vor. Hä, aber Flo hat doch gar nichts gesagt, dass ich vor ihm stehe irgendwie. Ja, weil ich in Freecam bei Gambo war und dachte mir, hä, Ben ist nicht bei Gambo. Ja, weil ich bei dir war. Ey, seid ihr kacke wirklich. Aber der Troll ist trotzdem aufgegangen. So ein Scheiß, ey. Flo, du... Nein, jetzt wurde ich gefunden, weil ich die kackt Türen zu machen muss, ey. Ha, 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 ha. Ich geh mal nach oben, als ob sich jemand so dumm da versteckt, ey. 500 IQ, Leute. Mann, Gambo, die werden sie Punkte gefahren mit der Scheiße jetzt. Ich hab alles falsch hinzugemacht. Ben macht halt die einfach alle auf. Ja, ich hab die alle aufgehauen. Ja, ich wollte halt da raus. Aber es ist ja nicht meine Schuld. Mann, ist das kacke, ey. Nicht anders. Wo ist Gambo? Ja, gibst dir auch noch mal einen Tipp? Das Schlechteste, by the way. Boah, weiß ich nicht. Obwohl, wenn man es nicht weiß... Ich find das schon nicht schlecht. Ihr müsst mir gleich mal das Biom-Con, wo das ist. Ich seh das nämlich von hier nicht mehr. Ich weiß das auf einmal nicht mehr. Ja, das ist schon ein guter Tipp eigentlich, Elina, tatsächlich. Nee, weil ich hab nicht... Ich bin in diesem Labyrinth, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, wo ich reingelaufen bin. Wie, das klauft die dir sowas von nicht ab, Gambo. Junge. Aber das Labyrinth war so rissend. Junge, Gambo. Gambo, das ist auf dem Rhythm von... Ja, ich wollte gerade noch auf dich zurück. Mann, das hat ja so viele Punkte, Alter. Aber krieg ich jetzt auch mal einen richtigen Tipp? Hallo? Jetzt, Tipp! Ja, Ben, sag mal, in welchem Biom ist das? Er ist im Fluss. In keinem. Digga, was? Ja! Du treust mich, ich treu dich. Nein, Junge, Ben, das ist asozial. Nee, du hast uns richtig hops genommen. Das kann ich dir nicht... Ja, Ben lügt halt. Oh, das wär krank, ne? Er ist im Fluss. Wo bist du? Wo bist du? Wo ist denn Elina? Elina, ich bin nicht im Fluss. Elina schlägt schon ihr Schwert warm. Ah! Ah! Ich bin mein Lieber! Der erste Triple. Ja, war eigentlich assi, aber das konnte ich Kambo nicht durchgehen lassen. Das war überall. Ben, also ich hab dich wirklich mit einem Joke besiegt. Du hast so glied an die Location gecallt. Das Ding ist, ich hab auch, das ist eigentlich richtig asozial, ich hab auch Flos Location gecallt. Weil ich zu dem Zeitpunkt auch dachte, dass du das bist. Also ihr habt euch so selber zerstört. Mann, das war so lustig. Ich dachte halt wirklich, ich hab mich so gefreut, als ich diese Türen gefördert hab und du Flo gekillt hast. Ja, die wird ja nie im Leben jetzt hier hochrennen, Alter. Nee, die rennt da hoch. Auf die Plätze, fertig, los. Ich hab so ne scheiß Rüstung. Wir machen das. Ah, aua. Wollen wir Team machen? Nein. Was, Team? Zwei gegen zwei? Ich bin mit Ben in ein Team. Ja, passt doch. Passt doch von der Rüstung auch. Oh nein. Ja, das ist ein GG. Ey, warum? Wir haben doch gleiche Rüstung. Ben, wo bist du? Ich bin ein Schritt hinter dir, bist du doof? Okay. Stimmt, weil er kennt's an den Rüstung. Oh, der hat eine gesammelt bekommen. A la Flo, Gambos Kanonfutter. Ich erkenne halt die Lina so. Alter, ich krieg so eine Damage, yo. Ja, ich bin so. Nein, der ist schneller als ich. Ich regenerier, Gambo. Ich regenerier. Ja, Lina, ich hab hier Stress. Das wird's mal. Ah! Er hat mich heißen Sack in dir. Ja, das finde ich, das finde ich, das finde ich. Das war ein saftiger. Oh, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Sein Schild ist gebrochen. Ja, 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 ja. Stopp, 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 stopp. Ich hab einfach zweimal Gambo getetet, jetzt zweimal mich. Wo sind die? Ey, wir laufen im Kreis, kann das sein. Ich glaube, ich glaube, ich. Junge! Seid ihr im Haus? Ja, die sind nicht im Haus, Lina. Aber die waren hier schon, wa? Die machen halt in Seek Tactics. Junge, wo sind die? Hallo? Ey, hier ist einer. Ah, kann man helfen? Alter, ich hab Flo so eine Backpfeife gegeben. Ich bin der, der nur Schuh hat, Lina. Ah, ich hab den richtig gekillt. Mann, ich sollte Ben einmal gehen. Ich hab das gar keinen. Zum Glück hab ich Teams gesagt, jetzt kann ich doch gewinnen. Ja, Benz, gemeinsam sind wir. Ich bin auch Team, ich bin auch Team, hallo, hallo. Flo, Hilfe. Ja, Junge, wie soll ich denn 1 gegen 2 gewinnen? Gabo, Hilfe, du? Alter, ihr habt Flo auf die Schnauze bekommen. Alter. Elina, wir sind ein Team, yo. Das war so ein Abschlag, das war so heiß. Ach so, okay, high five. Jetzt noch one, we won. Jetzt noch schnell one, we won. Ja, okay, Entscheidung jetzt. Nein, nein, jetzt mache ich diesen. Ich bin gerade so glücklich. Ja, okay, keine Entscheidung, Leute. Wir haben gewonnen. Lasst eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal auch gerne. Würden mich sehr, sehr freuen. Schaut bei allen Gästen vorbei. Und dann sehen wir uns morgen. Euer Benson. Taki, Taki, Taki. Taki, 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 Taki.